Hallo, hier ist wieder euer Tommi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2, die Beta immer noch am Start und wir spielen den Modus. Uiuiuiui, Galactic Assault sag ich schon fast, nein es ist Starfighter Assault natürlich, den Flieger Modus, den haben wir ja bis jetzt auch noch nicht so oft gesehen und auch im Livestream kam der dann immer relativ kurz, deswegen will ich den auch mal spielen, weil der bockt sich eigentlich schon richtig hart, das Game allgemein immer noch top. Ihr wisst natürlich, ich nehme das während der Zeit, ah jetzt werde ich abgeknallt, während der Zeit der offenen Beta auf, auch wenn es später hochgeladen wird, werde ich es natürlich trotzdem währenddessen aufnehmen. Deswegen ist bockt sich schon übel, wir nehmen nochmal den Y-Wing, der Y-Wing ist einfach Bombe, ich liebe das Ding, es sieht auch optisch so cool aus. Den A-Wing fand ich eigentlich tatsächlich immer vom optischen, vom rein optischen aus den alten Teilen immer blöd und beim B-Wing habe ich damals immer gar kein B gesehen irgendwie. Ich fand das immer, also ich rede jetzt gar nicht über die alten Schiffe, nicht über die relativ neueren, sondern wirklich die, die es früher schon gab, X-Wing, A-Wing, B-Wing, Y-Wing. Da fand ich den Y-Wing immer richtig cool optisch, obwohl ich dann auch wirklich immer Friend vom, vom X-Wing war. Oh, wir werden schon wieder so hart getroffen, Mann, wir werden so hart getroffen, Mann, reich aus, oh mein Gott, Damage drauf, Raketen, Raketen, heil mich wieder hoch, nein, jetzt gibt es die Rakete, reich, oh. Oh, schwer, Mann, schwer, ich glaube, das ist ein Eindruck, irgendwie, mein Team reißt nicht so viel wie die Gegner im Moment, aber da ist auch einer dabei, der hat neun Kills schon abgerissen hier bei den Gegnern. Wir werden natürlich wieder versuchen, auch ein Heldenfahrzeug zu erspielen, ob es der gute Poe Dameron ist oder der rasende Falke, das werden wir natürlich noch herausfinden. Aber zumindest erstmal werden wir es versuchen, jetzt hier ein bisschen weiterzumachen. Da haben wir wieder einen TIE Fighter, den wir, oh mein Gott, wo ist denn mein Aim hin? Hat jemand meinen Aim gesehen? Ich habe es anscheinend verloren. Jetzt haben wir ihn. Das finde ich noch ein bisschen blöd, tatsächlich, was gerade passiert ist, und zwar visiert der, ja geil, der ist mit davor geflogen, nimm mir doch nicht die Vorfahrt, Junge. Er visiert einfach so mit der Rakete irgendetwas an, und das finde ich manchmal beschissen, gerade bei solchen Situationen, wo man auf den Sternzerstörer da, ne, bei dieser Basis, diese Greifarme, ne, am Ende, wenn man die abschießen möchte mit den Raketen, man zielt direkt da drauf, und dann drückt man das, und er visiert auf einmal irgendwelche Geschütztürme an. Er visiert einfach irgendwelche Geschütztürme an, die irgendwo auf dieser Station ihr Unwesen treiben. Das finde ich dann immer so ein bisschen, naja, ein bisschen komisch, was war denn das gerade in der Kamera? Na gut, es klappt ja jetzt wieder alles. So, den haben wir auch. Ich hoffe, ehrlich gesagt, der Flugmodus kriegt noch ein bisschen, ja, nicht unbedingt Neuerungen, aber wird ein bisschen angepasst. Man kann sich vielleicht noch ein paar mehr Fahrzeuge kaufen oder so, das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Aber gut, erstmal warten, bis das ganze Spiel draußen ist, bevor man hier urteilt, ne. Gut, aber im Moment, ah mein Gott, werde ich hier schon wieder verfolgt von irgendwas. Aber gut, das ist halt die Wendigkeit, die Wendigkeit dieses Fahrzeugs hier. Wäre ja auch recht unfair, wenn die kleineren Flieger dann halt nicht mal wendig wären. Ah, jetzt kriege ich den nicht mal zu fassen, hier, den vor mir. Er hat, glaube ich, diese Fähigkeit an, dass man ihn gerade nicht anvisieren kann. Aber man kann ihn natürlich trotzdem treffen, wenn er einfach starr vor einem rumfliegt. So ist es ja nicht, er ist ja nicht unbesiegbar, liebe Freunde. Den treffen wir auch so, da brauchen wir gar keine Raketen für. So, jetzt schieße ich irgendeine stationäre Sache hier an. Hält aber auch ganz gut was aus, ne. Destroyed Turret. Bringt gar nicht so schlecht Punkte, ehrlich gesagt. Haben wir den erwischt, den erwischt mal. Er hat nicht mehr viel. Oh, jetzt haben wir selbst wieder angegriffen. Bisschen wegziehen, nein. Wir haben aber ordentlich Punkte, wir können uns auch den Falken direkt holen. Siehst du mal, nice gelaufen ist es am Ende denn doch. Oh, wir haben nicht mehr viele Tickets übrig. Wir müssen noch unfassbar viel Schildenergie verballern bei den Gegnern. Die machen uns schon, die machen uns hier lang. Vielleicht hätte ich nicht den Falken nehmen sollen, sondern den Poe Dameron. Denn der Falk ist nicht gerade der geilste, um jetzt hier reinzukommen. Ich werde jetzt versuchen, ich werde jetzt versuchen, mehr oder weniger. die Fahrzeuge und die Raumschifte von denen zu zerstören, damit meine Teammates auch ein bisschen Freiraum haben. Und hier immer mal bei diesen breiteren Öffnungen durchfliegen vielleicht. Das wäre gerade schon so verfolgt. Das wäre gerade schon so verfolgt von so vielen Leuten, Mann. Das stört mich gerade schon ein bisschen. Gerade mit dem Ding ist man sehr schnell gewillt, irgendwo reinzukommen. Und ich glaube, wir werden das einfach verlieren. Boah, die Geschütze. Meine Güte. Ich glaube, wir werden das verlieren, denn wir haben nur noch 22 Tickets. Ich weiß nicht, wer hier immer so oft gestorben ist aus meinem Team. Aber ich glaube, das meine ich jetzt nicht. Ich ziele direkt auf das Ding drauf. Und, oh mein Gott. Und er visiert erstmal irgendeinen komischen Geschützturm hier an. Ist dann doch wirklich einfach nur noch bescheuert. Das muss ich ja auch mal... Ich werde draufgehen mit Hansolo. Ich werde draufgehen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. 14. Oh mein Gott. 12 Tickets nur noch. Ich werde hier von so vielen Seiten beschossen. Jetzt werde ich auch noch anvisiert. Ja, boah. Wie das gerade aussah. Ich wurde so arke-chased. Guck mal, da sind zwei, drei Flieger. Plus diese ganzen Geschütztürmer, die alle auf mich geschlossen haben. Mein Team hat ganz schön versaut. Wir haben verloren. Sau schnell. Sau schnell verloren. Hart. Ich bin hier jetzt mehr doppelt so vielen Punkten. Fast als der zweite und dritte unterwegs. Traurig, traurig, traurig. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na, hoffentlich läuft das nicht nochmal so hier. Wenigstens irgendwo waren. MVP. Immerhin, das haben wir geschafft. Immerhin, das haben wir geschafft. Gut, da werde ich irgendwas Kleineres hinten dran schneiden, wenn ich noch was aufnehme, was klein ist. Naja, das war es auf jeden Fall mit der Folge soweit. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir spielen mit dem Imperium, werden jetzt hier mit dem Bomber versuchen, unsere Feinde auszuschalten und den Sieg an uns zu reißen. Den ersten haben wir schon. Da ist auch gleich wieder einer. Ich glaube, den konnten wir nicht mehr treffen. Andere Fähigkeit einhauen. Oh mein Gott, was hätte ich denn hier alles anvisieren, Mann? Die machen uns hier ganz schön lang, habe ich den Eindruck. Oh, das kommt mir gerade nur so vor. Guck mal, was der für Ausweichrollen drauf hat, der Kerle. Der Kerle. Pam, pam, pam. Den haben wir gut gegeben. Aber der hat überlebt. Und niemand überlebt hier. Niemand überlebt. Nicht einmal ich. Na gut, das wäre ja ein bisschen dumm. Den verfolgen wir auch weiterhin. Es sieht geil aus. Der Planet Fondor ist, glaube ich, zumindest meines Erachtens nach einer der Planeten, der in der Kampagne eine große Rolle spielt. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob das derjenige ist, welcher dann auch in den Trailern zu sehen war mit diesen roten Bäumen. Weil ich glaube, das war der Fall, wo dann die Aiden relativ viel zu sagen hatte. Da hat die Aiden die Hosen an, würde ich behaupten. Und das ist auf jeden Fall ganz cool zu sehen, dass mal auch hier solche Planeten im Spiel kommen. Ist natürlich auch ein bisschen easy to make. Denn wir werden wohl auch in der Kampagne relativ viel solche Raummissionen haben hier, wo man dann auch irgendwas zu tun hat. Und auch solche Bodenmissionen, wo wir dann auf Fondor kämpfen und so. Also ich denke mal, das kommt hier alles, was wir hier zumindest sehen, ziemlich Kampagnen verschuldet. Im Großen, Oben und Ganzen. Und den haben wir doch wohl, jawohl, El Tigre. Ne, der hieß nicht mal so. Denn, ähm, ist wirklich so, dass hier die Kampagne, glaube ich, spielt. Auch Fondor, jetzt wüsste ich zumindest jetzt nicht, dass der Planet irgendwie anders mal vorkam. Oh, anders, 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 anders. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Oh mein Gott. Will kein Teilpilot mehr sein. Da hat mich der Crusader erwischt. Die haben hier auch alle schon irgendwelche krassen Karten, wenn man jetzt hier mal bei mir guckt. Ich habe hier eine drin, ne? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was die bringt. Ich kann mal gerade gucken, was die macht. Äh, Reinforced Hull. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit mehr Schild geben, ja. 10% mehr Leben. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? So 10% mehr Leben, das kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Guck mal, hier der Albert, der spielt richtig krass. Das ist Objective 0, Kills aber 2000 Pluspunkte. Respect an den Kerlen. Und wir machen mal unsere Großoffensive hier auf, auf das Schiff hier, auf die Tentive 5. Wenn sie das überhaupt ist. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Aber zumindest auf dieses Schiff hier. Unsere Großoffensive. So, jetzt müssen wir hier die Y-Wings, glaube ich, aufhalten, gell? Die Computergesteuerten. So, 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 so. Den auch. Und jetzt noch den letzten. Alter, es sind einige, die mit hier mitfliegen. Und erwischen wir wohl auch noch. Das wäre ja wohl gelacht, wenn nicht. Der Rebel Blockade Runner hier. Den haben wir auch erwischt anscheinend. Der eine, den einen. Boah, nichts hat mich an, mich zu visieren hier. Crusader, da haben wir den Kerl, der mich mal hingeholt hat hier. Was war denn das auch für ein Move von dir, Kollege? So, jetzt wieder mal Multischuss. Multischussanvisierung. Raus. Oh, wow, wow. Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin mich nur noch am Kreis drehen. Jetzt kriege ich wieder ordentlich Schaden. Aber den erwischen wir vorher noch. Den erwischen wir nicht. Graf Spä, 2016. Hat er sich erst so spät seinen Account gemacht? Oder wie soll das... Was soll das heißen? Weil er beim ersten Mal so wenig Punkte erfarmt? Jetzt guckt durch den einen an, ne? Der Albert Tochon. Respekt, wirklich krass. Null Kills. 3600 Punkte. Ich weiß nicht genau, was der treibt. Auf jeden Fall treibt der irgendwas ganz, ganz... Hier wieft es mit den ganzen Punkten, die da sammelt. Irgendwas hat er im Schilde. Oh, da müssen wir aber richtig weit voreinen. Da trefft man auch. So, jetzt müssen wir aber auch hier die Y-Wings ein bisschen aufhalten. Bevor sie unsere Docks erreichen. Alter, der ist jetzt besiegt. Was war denn das? Den verfolgen wir. Den können wir gut verfolgen. Der ist direkt vor uns. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Den haben wir auch. Schnell noch Ausweichmanöver nach unten. Oder den... Turnaround. Ja, der Turnaround war super. Oh, der Turnaround war nicht super. Nein! Der Turnaround war gar nicht so super, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Aber wir haben genug für die Slave 1. Das ist doch sehr schön. Hätte eigentlich lieber gerne die Skimitar gehabt. Hier die von Darth Maul. Aber Slave 1 regelt wahrscheinlich auch schon. Leider bei Slave 1 und bei... Und beim Falken ist halt wirklich das Problem. Du wirst da so schnell anvisiert, weil die dich einfach alle sehen. Die sehen dich alle so. Boah, das war das, das war das Maul. Und die hole ich mir. Und dann holen sie dich auch wirklich. Und die haben auch so viele Leute verfolgen. Ich merke es selbst schon wieder gerade, wie ich von ein paar Leuten verfolgt werde. Ich muss mir dafür diese Slave 1. Ich muss mir schon Bomben aufheben. Ich muss sie mir aufheben. Denn die ist hier eigentlich mehr oder weniger die Abwehr. Für das Maul. Für das Maul, sag ich schon. Für den guten Wurber. Komm, wir werfen sie jetzt. Wir werfen sie jetzt. Und dann fliegen wir. Nein, nein, der Flügel. Der Flügel. Oh, jetzt hatte ich ohne den Flügel weiter geflogen. Klappt doch die Seitenspiegel ein, Junge. Shit. Naja, das war nix. Das war nix. Aber gut. Für die Quote. Ich sag ja immer gerne, für die Quote. Dann immerhin hatten wir den. Es gibt manche Leute, die beschweren sich ja auch, dass sie überhaupt keinen Helden kriegen. Lieber Held gehabt haben und dabei versagt, als gar keinen Held. Das ist eigentlich gar nicht meine Meinung, aber ich muss mir das gerade einreden in diesem Moment. Eigentlich wäre es mir lieber als mit lieber gar keinen Helden und dafür nicht verkackt haben, als das, was ich da gerade abgeliefert habe. Eigentlich wäre mir das lieber, ehrlich gesagt. Aber ich muss jetzt so tun, als ob. Ihr wisst schon, so um mein Gesicht zu wahren. Ich muss jetzt so tun, so von wegen, ja, es stört mich gar nicht. Und das ist voll in Ordnung. Aber wenn wir hier die ganzen Kills weg. Ich fahre jetzt schnell hier raus. Ich bringe das eigentlich immer noch, was, wenn man da so dran rumfliegt. Boah, der Sound. Der Bass. Hört ihr den Bass? Äh. Äh. Was waren das? Aber was sind das für Rohre, die da außen rum gehen, Mann? Wer hat den da hingebaut? Dann werde ich hier schon zum halben Berliner. Naja, gut. Ist auch spät. Man muss auch immer bedenken, ich habe ja auch wirklich... Oh, die haben nur noch 17 Tickets. Das sieht gut aus für uns. Äh. Wir haben ja auch wirklich, ähm, relativ viel gestreamt. Ah, da stimmt wieder eine Salzbücherbombe. Und jetzt sehen wir das mal vom... Oh, geil, oder? Und dann noch mit diesem Sound. Perfekt nachgemacht. Ich weiß, danke. Äh. Man muss ja auch immer bedenken, dass ich das Ganze hier jeweils, äh, relativ spät immer aufnehme, nachdem ich tatsächlich diese Beta... Auch schon tot gestreamt habe. Sau viel gestreamt habe und so weiter. Deswegen... Ne, muss man... Muss man bedenken, vielleicht läuft es dann nicht mehr so gut. Dann ist irgendwann die Konzentration weg. Wir haben immerhin gewonnen, das ist super. Ich würde sagen, das war es dann mit der Folge. Ich werde das hier... Tatsächlich war das nämlich nicht so geplant. Das habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, weil ich super schlau geschnitten habe. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, als mittleres Stück verwenden. Oder als hinteres Stück verwenden. Denn ich hatte nochmal eine kleine Folge, wo das Fliegen relativ kurz kam. Und das werde ich so zusammen verbinden. Dann haben wir eine größere Folge, wo das Fliegen zweimal drin vorkommt. Finde ich gut. Ihr auch hoffentlich. Das war es mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss.